Hier haben wir mal WD-40. So, wir brauchen eine Smokebump auf jeden Fall. Wird Zeit, dass ein neues Add-on kommt. Ich will einfach ein neues Add-on haben. Dragonflight reicht mir eigentlich schon wieder. Für ein neues Add-on. Monk, ne? Ich würde sagen Monk, Monk, Monk. Let's go Monk. Monk, bitte. Bitte geh mit mir Monk. Okay, er macht erstmal gar nichts. Das ist auch gut. Dann kidney ich hier einfach mal rein. Ich bin tot, ich muss vanischen. Nee, geh doch Monk, bitte. Bro. Wow. Verdammt aber auch nochmal. Das ist ja blöd gelaufen. Dann einfach nächste Runde. Schade. Go, DK. Gott, der Trash-DK. Der macht seinem Namen auch alle Ehre. Okay, das wird wieder nix mit 2-1, Alter. Oh Gott. Was soll das? Ich will alle kriegen hier einen Win. Ich krieg keinen, Junge. Ich mach einen Opener. Ich CC den Heiler. Stirbt einer? Ich krieg keinen hier. Ich krieg keinen hier. Warum auf diesem Rating? Ich krieg keinen hier. Guck dir das an. Ich muss das wenn... Auaua. Ah, Junge, ich krieg hier schon wieder Krisen, Junge. Was war das für eine erste Runde? Ach du Scheiße Nur das war das Schlimmste Was ich je erlebt hab Geil Ja Shuffle ist echt nix Also Vor allen Dingen Ich hab's am Anfang vom Stream noch gesagt Ich schwöre dir das erste Shuffle Ich werde es richtig reißen Und 06 spielen Duel Nice Oh fängt schon göttlich an Oha endlich ein Invite bekommen Locker jetzt First Pull Deplete Oh man Alter ich fühl mit dir Also die ganze Woche lief schon Shuffle Schmutz Demo ist Also ich würde schon sagen Hexenmeister ist der stärkste Caster Junge Demo ist Tanky as fuck Und Junge das ist auch so viel Schaden Ja wird alles wieder gebufft Außer Survival Bro Explosive Shot ist so Ist auch nicht das Gelbe vom Ei Ehrlich gesagt Wo ist hier Mungo's Bite 20% Increased Damage Scheiß mal auf Explosive Shot So oder Weiß ich nicht Bomb Damage Erhöhen Das war schon nerf ne Ach nö 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 Das also Nö Muss das sein Wir machen jetzt 2-4 Auf dem Hunter 95k 95k An ner PvP-Puppe Alle 30 Sekunden Also 89k Also ich glaub die haben 200% falsch geschrieben Also das ist halt lächerlich so Nur ist bald auch viel zu wenig Damage Das ist auch 3 Milliarden Modifier Ich verstehe halt auch nicht was die Scheiße soll Gönn doch Survival mal ein bisschen Action Weiß ich nicht Weiß ich nicht Nicht ein Dispatch Ach nö Ist ein Pallye Ach die A Mann Das ist auch schon wieder Ah Nice Warum gehst du Immer noch Auf dem Paladin Paladin Ach scheiße Zu früh Ah Ah Das Oh, das tut so gut, ne? Das tut gut. Oh, baby. Das tut gut. Oh, ha, 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 ha. Das ist echt, dieses Spiel ist nicht zu schwachen Nerven, ich sag dir das. Es war wichtig, aber ich habe ein blödes Gefühl. Oh, scheiße, 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 Dissab, gib mir den Dissab. Oh, 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 oh. Er ist trotzdem eingelaufen, hat aber nicht gereicht. Krampf, Junge. Krampf, Junge. Krampf. Ich freu mich, was die Scheiße soll, ey. Oh, 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 oh